Herrsatz! Ortiz! Polition davon! Sani! Wo bleibt der Sani? Entstehschütze ausgefallen! Herrsatz! Herrsatz! Wo kommen Sie denn her? Volkssturm! Heute Nachmittag zugeteilt! Was? Die sollen raus da aus der Schusslinie! Regalführer! Der Volkssturm unterliegt dem direkten Befehl von Dr. Goebbels! Ich will sofort, dass jeder rauskommt! Das ist doch Wahnsinn! Ich kläre das! Ich bin nicht sicher, ob wir richtig sind, Professor. Na sauber. Stopp! Scheinwerfer aus! Halt! Stehenbleiben! Sofort stehenbleiben! Glück ihr habt. Deutsche. Hilfe! Die wollen uns umbringen! Was ist denn hier los? Greifkommando! Das gibt's doch nicht! Gehen Sie sofort auf! Lassen Sie die Männer los! Was geht hier vor? Sie haben hier überhaupt nichts zu melden. Diese Männer haben wir in ihren Wohnungen aufgegriffen. Sie sind fahnenflüchtig. Die werden erschossen wie alle Verräter. Das sind alte Männer. Zivilisten! Das können Sie nicht machen. Nein. Wer sollte mich dran hindern? Sie vielleicht? Stopp! Es reicht! Ab! Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020